So, hoch, 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 hoch! Jetzt gehst du, jetzt kommen wir über die Bäume. Hoho, Leute! Wir starten den, und wir starten den nächsten. Leute, ich bin gespannt. Die Blinde ist geladen. Du bist doch ekelhaft, Leute, ist doch einer. Kann doch nicht sein, hier drin hab ich keine Fallen. Mann, geh weg! Hoho, ekelig. Ich möcht' euch hier nicht drin haben. Ja, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest 1-Programm mit dem Gamebo, der Lydia, dem Kevin und dem Grimbo. So, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben beim letzten Mal, äh, was haben wir eigentlich beim letzten Mal gemacht, Leute? Ich glaub, wir hatten noch mal einen Ausflug unternommen und haben uns das Kreuz besorgt. Du hast keinen Bock, mein lieber Kevin, hat heute keinen Bock. Kann ja wohl nicht sein, du lieber. Wir schauen mal, ob wir für dich eine vernünftige Aufgabe haben. Wir versuchen's mal mit Basis zu erhalten, mein Lieber. Gleich ist das ja was, wo du gerade Bock drauf hast. Ja, komm, ne, dann beschäftigst du dich ein bisschen und wir beschäftigen uns mit anderen Dingen. Leute, ich habe mir für heute vorgenommen, ich möchte mit euch noch mal Rituale veranstalten. Wir haben beim letzten Mal, genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben beim letzten Mal die Badewanne des Grauens gebaut, Leute. Schaut mal hier, hier oben haben wir sie stehen. Wir haben die Ritualbadewanne. Also, es sieht für mich absolut aus wie eine Badewanne. Darum betaufe ich das Ding jetzt einfach auf Badewanne des Grauens. Zusätzlich haben wir hier den Kessel des Schreckens. Ich möchte heute mit euch noch mal Rituale machen. Ich habe mir überlegt, ich werde mal komplett wahnsinnig. Und wir machen quasi ein Doppelritual. Wir schmeißen schon mal die Pistole rein. Ich möchte nämlich ganz gerne die Pistole vergolden. Und hier fangen wir schon mal an. Ich packe mal alles rein, was wir an Skelettrüstung haben. Wir haben nicht genug. Mir fehlt noch ein Seil, das holen wir uns gleich. Damit wir noch die letzte Skelettrüstung bauen können. Und, äh, ja. Also hierfür haben wir eigentlich alles da. Wir gucken mal, was haben wir genügend Salafit-Sulfit-Herz. Genau. Schmeißen wir auch schon mal alles rein. Hier fehlt noch ein bisschen. Wir haben aber was im Lager. Ja, dann holen wir uns gleich noch den Rest. Ich gehe auch einmal kurz in die Einstellung. Ich glaube, ich habe den Strukturschaden letztens beim Farmen ausgeschaltet. Das machen wir natürlich wieder an. Wenn wir die, äh, wenn wir die, ähm, Rituale starten, dann möchte ich gerne, dass wir auch die Action hier haben. Und schauen, ob alles, was wir haben, hält. So, wir gehen aber einmal kurz vorher aufs Dach. Ich wollte noch was mit euch probieren. Das hatte ich beim letzten Mal nicht mehr geschafft. Oder nicht mehr dran gedacht. So, einmal bitte schön aufs Dach gehüpft. So, naja, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Und dann schauen wir nach. Wir haben doch das Rezept fürs Kreuz gehabt. Wo haben wir das denn? So, und ich würde gerne, Leute, schaut mal, wir können das Ding aufs Dach bauen. Ich konnte es nicht an die Wand hängen, aber auf dem Dach funktioniert das anscheinend. Ich würde es ganz gerne, Leute, hier oben hinpacken. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Material. Das muss ich mal schauen, wie ich das hier hoch bekomme. Ähm, müssen wir nicht jetzt sofort machen. Ich baue das nachher in Ruhe zusammen. Oder mal schauen, ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich jetzt hier Stämme hoch? Ich, äh, weiß es nicht. Vielleicht baue ich mir hier noch mal ein bisschen was ab, dass wir hier ein Loch haben. Weißt du was? Komm, wir nehmen hier einmal ein paar Planken raus. Brauchen wir hierfür Planken? Guck mal, zufälligerweise brauchen wir gerade Planken dafür. Den Rest packst du direkt mal wieder rein. Haha, so geht's auch. Und dann können wir das später hier wieder reparieren. Na, mach's doch dran. Kannst du nicht? Irgendwie will er gar nicht. Ach so, ist nur ein halbes Ding. So, die beiden Drähte haben wir noch. Mal gucken, wie viele Lampen wir haben. Uns fehlt eine Lampe, Leute. Die müssen wir uns dann auch noch holen. Und dann können wir gleich auch dieses schöne Gerät noch fertig bauen. Dann haben wir für heute die Ziele schon gesteckt. Wir gehen gleich los. Ich besorge einmal mit euch Batterien. Drei Stück an der Zahl. Da wir heute ein Doppelritual veranstalten, möchte ich ganz gerne noch ein oder zwei Fallen setzen. Das machen wir dann hier vorne. So, wir gehen einmal kurz raus. Haben wir genug gegessen? Haben wir genug getrunken? Ich glaube, ja, uns geht es im Moment noch ganz gut. Wir könnten gleich auch noch kochen. Aber wir schauen erst mal. Was mir aufgefallen ist, die Gegner, die kommen halt immer von hier. Und hier würde ich ganz gerne in den Laufweg hinein noch ein bis zwei Fallen bauen. Wir schauen mal. Ich würde eventuell sagen, wir bauen uns hier einmal eine Multitrap hin. Vielleicht machen wir auch zwei. Ich weiß es nicht, was wir haben. Ich packe mal alles rein, was wir haben. Wir brauchen sicher nicht noch Sticks. Wir brauchen eine Batterie. Wir brauchen auch noch Seile, Leute. Seile habe ich auch keine mehr. Von daher ziehen wir jetzt los. Ich würde gerne die eine Falle noch fertig bauen. Dann machen wir da oben das Kreuz noch dran. Wir brauchen halt noch eine Lampe. Ich weiß halt, wo wir die kriegen. Ist kein Problem. Die Falle fertig machen und dann starten wir zwei Rituale, Leute. Wow! Strom aufpassen, die Regenbauer. Strom, verdammt. Passt doch auf. Ich habe die Zäune beim letzten Mal auch Opski noch repariert. Es waren ja die Drähte weg. Das sollte jetzt soweit wieder funktionieren. Fallen. Ich glaube, wir haben genügend Fallen. Die beiden draußen möchte ich halt gerne noch zusätzlich in Betrieb nehmen. So, geh mal hoch. Dann starten wir mal direkt unseren Flug. Wir gehen einmal hoch zu unserem Spot, wo wir die Batterien herbekommen. Drei Stück an der Zahl. Dann holen wir uns Seile aus dem Raum, wo der 3D-Drucker steht. Aus dem Entertainment-Bunker. Dort dürften auch noch Glübien sein. Und dann sollten wir in der Lage sein, unsere Falle aufzubauen. Unser Kreuz oben hin zu stellen. Leute, ich möchte das gerne im Dunkeln sehen. Vielleicht schaffen wir das heute auch noch. Und dann möchte ich die Rituale mit euch machen. So, einmal gespannt. Nehme ich überhaupt auf, Leute? Nehme ich auf. Seid ihr da? Seid ihr am Start? Leute, sagt mir doch bitte gerne nochmal, wer alles am Start ist. Und wer sich den Quatsch mit mir anschaut. Ich würde mich wahnsinnig interessieren. Und falls ihr mein Content hier schaut, meine Videos euch reinzieht und euch hin... Oha! Was war das? Ei, ei, ei. Da kam ein Apfel hinten. So, erstmal in die Luft. Leute, da hat es uns schon erwischt. Leute, falls euch der Quatsch, den ich hier mache, gefällt, falls ihr euch den Content gerne reinzieht, abonniert doch gerne den Kanal, liked das Video, kommentiert fleißig mit. Das würde mir wahnsinnig helfen. Ich freue mich auf jeden neuen Abonnenten. Und ich freue mich auf eure Unterstützung und auf die Reise gemeinsam mit euch. So, in diesem Sinne geht es jetzt weiter. Wir gehen einmal direkt zum Entertainment-Booker, looten uns dort alles raus, was wir brauchen. Und eigentlich ist das eine blöde Idee. Und hieraus gibt es keine gute Möglichkeit, wieder zu starten. Wir fliegen erst einmal hoch. Und besorgen uns die Batterien und ich glaube, von dort aus kam ich einen besseren Absprung, um dann weiter zu fliegen. Wir machen es so wie immer, Leute. Ich schneide den Flug so ein bisschen zusammen, damit wir hier nicht zu viel Lerlauchbar haben. Aber ein bisschen fliegen wir auch gemeinsam und quatschen auch ein bisschen gemeinsam. Wuh, das war knapp, das war knapp. Oh, Grimbo. Macht doch keinen Blödsinn. Da hinten ist das Symbol für das Golfkart. Dann können wir jetzt langsam runtergehen. Hier hinten sind wir schon richtig, Leute. Ich muss mir diese Position auch mal markieren, damit wir das auch jedes Mal wieder finden. So, steck das doch mal ein. So, pack es weg. Und ich würde sagen, wenn wir hier gerade mal einen Stick zur Hand haben, dann stellen wir uns hier auch sofort mal eine Markierung auf. So, hier ist nämlich auch der Entertainment-Bunker. Und dann haben wir das auf der Karte auch einmal kurz fixen. Da habe ich Steine dabei, dass wir das auch direkt fixieren können. Das wäre super. Eins, zwei und drei. Hervorragend. Wir holen uns einmal einen Sender raus. Wir haben so viele Peilsender, Leute. Die sollten wir auch unbedingt mal benutzen. So, perfekt. Packen wir weg. Und jetzt haben wir auf der Karte auch ein Symbol. Und beim nächsten Mal, wenn wir hinfliegen, dann sehe ich das auch direkt. Zwei Batterien haben wir hier. Eine müsste hier vorne auch noch stehen in dem Kart. Ich gehe auch gar nicht... Nein, hier ist keine Batterie. Och, hier ist noch eine. Hier ist die dritte Batterie. Wir können eh keine vier tragen. Also gehe ich auch nicht runter. Wir starten direkt los und fliegen weiter zum Entertainment-Bunker von hier aus. Pack die Karte ruhig weg. Brauchst du sie jetzt gerade zum Starten nicht. Ich glaube, wir haben das beim letzten Mal getestet. Wir müssten theoretisch von hier aus starten können. So, jetzt klappt den Leiter. Ich glaube, das geht. So, auf die Plätze. Fertig. Attacke. Wunderbar. Es funktioniert. Wir können von hier starten. Das war der Grund, warum ich zuerst hier hin wollte. Damit wir nämlich den Absprung nutzen können. Und sofort weiter fliegen können. So, hol dir mal ein bisschen höher raus, Grimbo. Und jetzt brauchen wir die Karte wieder. Sonst verfliege ich mich. Oh, wir sind aber schon auf dem richtigen Weg. Also langsam, aber sicher klappt das mit dem Orientieren, Leute. Wir müssen aber höher. Wir müssen höher, Grimbo. Wir müssen auf jeden Fall höher. Ich such mir mal kurz eine Stelle, wo wir ein bisschen an Schub gewinnen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe es mir vermasselt mit dem Hochfliegen. So, hoch, 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 hoch. Jetzt geht es, jetzt kommen wir über die Bäume. Hoho, Leute. Mann. Macht doch nicht so ein Quatsch, Grimbo. So, ich bin auch ganz, ganz, ganz dringend auf eure Mitarbeiter angewiesen, Leute. Wir müssen uns mal überlegen, was wir dann so in den nächsten Folgen noch alles veranstalten wollen. Ich möchte mir, wie gesagt, so gut wie alles vergolden, alles, was wir an Gold Equipment machen können, möchte ich gerne haben. Entschuldigung. Das ist eine Sache. Dann müssen wir uns auf jeden Fall noch die übrigen Artefakte organisieren. Das ist die nächste Geschichte. Und dann sagt mir doch mal bitte, auf was ihr noch Lust habt. Was ihr noch sehen wollt, was wir noch bauen können vielleicht. Oh. Hallo, wo ist mein Gleiter? Da ist er, da ist er. Komm, eingepackt. Kannst du mitnehmen? Jawohl, eingesteckt. Los, nicht vergessen, das gute Teil. Wichtigste Gerät überhaupt für mich. So, hier ist die Höhle. Hier war auch noch ein Wagen mit einer Batterie. Können wir aber jetzt nicht mehr mitnehmen. Ich könnte eigentlich theoretisch, wenn ich laufe, noch eine vierte Batterie mitschleppen. Müssen wir uns gleich mal überlegen. Aber jetzt holen wir uns erstmal Draht und Batterien und auf jeden Fall die Glühbirnen. Die sind ganz, ganz wichtig, damit wir hier auch weiterkommen. Und drucken müssen wir uns gerade nicht. Ich schaue mal mal, ob ich noch Pfeile mitnehmen kann. Hier hängt noch ein Tech-Mesh. Das hatte ich beim letzten Mal liegen lassen. Auch nicht schlecht. So, alles eingesteckt. Kannst du bitte die Bärde wegstecken? Die muss ich nicht festhalten. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn du eine Waffe in der Hand hältst. So, Kleber brauchen wir. Draht brauchen wir. Der Rat ist sehr, sehr dringend. Ich würde sagen, das reicht. Wir haben jetzt genug Zeug eingesteckt. Auf geht's, zurück zur Basis. Damit haben wir soweit alles zusammen, damit wir das Ritual starten können. Die übrigen Fallen, die ich noch machen möchte, aufbauen können. Und auf jeden Fall auch das Kreuz auf dem Dach aktivieren. Da habe ich gerade irgendwie richtig Bock drauf. Ja, hält die Schluss. Ich habe keine Lust auf dich. So, hier irgendwo liegt hier doch die Batterie. Ich würde... Ja, pack mal das hier weg. Und dann kannst du vielleicht die Batterie schnappen. Gut, dann rennen los mal lieber. Mit Karte bitte. Oh, oh, oh. So, genau. Und dann nehmen wir die Batterie nämlich einmal mit nach Hause, Leute. Eventuell schneide ich hier den Rücken gleich ein bisschen zusammen. Damit wir hier nicht zu viel Erlaub haben. Wir haben genau wie beim Fliegen. Machen wir das wie immer. Aber das ist doch eigentlich eine perfekte Möglichkeit, eine Batterie mehr mitzunehmen. Besser geht es doch gar nicht. Leute, wie schön. Ich liebe das wie der Bach hier plätschert. Ich mag die Optik. Ich mag die Soundkulisse. Es ist einfach herrlich. Ich tauche immer wieder gerne hier ab. Ein und ab. Wie ein bekannter anderer YouTuber immer zu sagen blickt. Das ist pure Entschleunigung, Leute. Einfach mal vom Alltag entfliehen und eintauchen in Sons of the Forest. Gemeinsam mit euch zusammen. Es macht mir einen Heidenspaß, Leute. Das ist wirklich purer Luxus. Oh, 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 oh. Na, lieber, was willst denn du hier? Ich bin gerade nicht parat für dich. Ich habe keine Ausdauer und ich habe eine Batterie. Ihr dürft mir aber gerne folgen. So ist das nicht. Ich habe da nämlich was für euch vorbereitet. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Einmal Spießrutenlauf. Nee, wir wollen nicht mit. Das ist kein Problem. Ihr könnt euch gerade nicht gebrauchen. Wir haben gleich mehr als genug Besuch. Folgen mir tatsächlich nicht. Da oben ist auch noch einer, Leute. Die Grüppchen. Ich habe das Gefühl, die Grüppchen werden auch immer größer. Aber wie gesagt, alles gut. Brauchen wir gerade nicht haben. So, macht doch mal die Karte aus. Wir sind doch schon zu Hause. So, können wir direkt die Batterie einbauen? Wie war das? Das brauchten wir hier als nächstes. Wir brauchen jetzt die Batterie. Genau, ein paar Drähte. Nein, nein, nein. Verdammt, die Seile, Leute. Ich habe die Seile vergessen. Oh mein Gott. Okay, wir packen einmal die Batterie irgendwo hin. Wo kann ich denn die Batterie jetzt abstellen? Leute. Ach nee, ich kann sie einstecken. Das ist gut. Wir müssen noch mal los. Ich habe die Seile liegen lassen. Verdammt. Wir machen es ganz schnell, Leute. Und ich schneide unnötigen Quatsch auch wieder raus. Stimmt, die Seile waren ja gar nicht am Entertainment-Bunker. Leute, so ist das bei mir. Wenn ich drei Sachen machen muss, dann vergesse ich mindestens eine. Und wenn ich noch mehr machen muss, dann wird es noch schlimmer. Vor allen Dingen nehme ich mir für jede Folge zehn Sachen vor. Und in der Action wird es dann doch wieder ganz anders. Aber kein Problem, Leute. Wer mich kennt, der weiß das. Und da kann man sich gut drauf einstellen. So, pack dir den Gleiter. Auf geht's. So, ein wunderbarer Start. Leute, er hebt hoch ab, steile die Luft und nimmt Fahrt auf. Es geht voran. So, wir müssen nämlich gar nicht zum Entertainment-Bunker, sondern wir müssen hinten zur Höhle, da in der Nähe, wo der Helikopter abgestürzt ist. Dort gibt es Seile und die holen wir uns jetzt. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo in der Nähe noch Seile, in irgendwelchen Lagern. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt erstmal dahin, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass wir Seile bekommen. Die holen wir uns und dann geht es auch wieder los. Wir könnten natürlich hier unten auch mal runtergehen. Machen wir es aber nicht. Keine Experimente, mein Lieber. Keine Experimente. Wir müssen hier unten schon landen. Wir sind gleich schon da. Autsch, 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 Autsch. So, und eingesteckt. Bitteschön. So, für alle die vielleicht, mein Video hier, also hier mit meinem Content, das erste Mal schauen, Leute. Wer meinen Content schaut, verpeilt uns Gameplay, ist hier ganz hoch aufgehängt. Das ist quasi an der Tagesordnung, gehört einfach dazu. Was war das, Leute? Von Eichhörnchen verfolgt. So, wir sind gleich schon da. Wir müssten gleich am Höhleneingang sein. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich weiß, ich hätte ein kleines Stückchen weiter fliegen können, aber so ist das auch in Ordnung. Wir können ja nochmal gucken. Hier draußen stand doch auch immer noch so ein bisschen Loot rum. Aber ist nicht so wild. Mal gucken, was liegt hier. Hier ist so der Schädelhaufen. Hier lag mal der Taser. So, hier ist der Eingang. Und hier in der Höhle gibt es definitiv Seile. Ja, ich weiß, Kledermäuse. Zum Glück war ich jetzt abgelenkt, sonst hätte ich mich wieder erschreckt. So kann ich euch auch austricksen. Ja, kein Problem. So, ab in die Höhle und wir holen uns alles an Seilen raus, was hier vorne liegt. So, die Karte brauchst du nicht. Die hilft dir hier unten auch gar nicht. Wir könnten auch theoretisch mal mein Zelt hier wieder abbauen. Aber nein, das ist ein Schlafplatz, den man immer wieder mal benutzen kann. Das ist gar nicht so schlecht. So, hier müsste auch noch Fleisch rumliegen. Wo ist Fleisch? Wenn ich daran denke, hängen wir das gleich auch auf. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen was getrocknertes. So, pack doch das Tuch weg. Brauchst du doch nicht. Vielleicht nimmst du einfach eine Waffe in die Hand. Dann fühle ich mich auch wieder gleich ein Stückchen sicherer. Hier gibt es noch ein bisschen was auf Gnochen schädeln. Haben wir aber genug. Und hier ist das erste Seil, Leute. Los, nimm es mit. Ich glaube, wir brauchen nur eins. Aber hier gibt es direkt das zweite. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das ist es auch schon gewesen, dass wir hier direkt hier vorne an Seilen rausholen können. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt hier zurück. Ich könnte natürlich auch einmal abspeichern, rausgehen, wieder reingehen und noch ein paar Seilen holen. Machen wir jetzt aber nicht. Nein. Wir schleppen die beiden Seile nach Hause und sehen zu, dass wir jetzt mit unserem Ritualbeginn, Leute. Sonst wird es zu spät. So, jetzt bräuchte ich von dir aus. Oh, du blödes Reh. Er schreibt mich doch nicht. Verdammt. Mal gucken, ob wir es auch starten können, ob das hoch genug ist. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte ganz schön eng werden. Ich glaube, das reicht nicht. Aber ich probiere es. Wir starten einmal von hier. Naja, es geht. Aber es ist halt die Frage, ob wir an Höhe gewinnen können hier. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Vielleicht können wir uns einfach so hier durch die Bäume durchnavigieren. Gehen wir mal den Fluss entlang. Da, es funktioniert doch. Leute, es geht. Wir kommen hoch. Super gut. Dann sind wir gleich zu Hause. Und dann habe ich aber so richtig Bock aufs Ritual, Leute. Vor allen Dingen, wenn wir zwei Rituale gleichzeitig starten. Ich bin so gespannt, was kommt, wie viel kommt und ob unsere Basis standhält. Bei den letzten Ritualen hat es alles sehr gut funktioniert. Wir haben relativ wenig Schäden davon getragen. Aber ich bin umso gespannter, was jetzt passiert. Strukturschaden ist an. Landen, landen. Mann, das war ja fast eine Punktlandung, Grimbo. Hast du gut gemacht. So. Aufzufallig sollten wir doch alles haben. Sehr gut. Wir hatten zwei Seile. Wir haben Knochen. Knochen-Schäden. Wir gehen noch mal ein. Ich habe noch Knochen in der Basis. Da bin ich mir sicher. Das müsste alles noch ausreichend sein. Aber ausreichend vorhanden. Na, wir wollen mal nicht übertreiben. So viel haben wir nicht mehr. Wir müssen den lieben Calvin auch mal losschicken. Knochen holen. Mal gucken, ob er das machen kann, wenn gar keine Toten hier liegen. Aber wir probieren es mal. Gibt es da einen Befehl für dich? Hol. Ne, keine Knochen in der Nähe. Das ist sehr, sehr schade. Aber hol doch schon mal Stöcke. Ah, ne. Ist gerade blöd hier. Weißt du was? Lass es in. Hat gerade keinen Sinn. Machen wir ein andermal. Wenn wir hier wieder ein bisschen mehr Action gehabt haben, dann machst du uns mal die Lager wieder voll. So. Wir gehen hoch. Wir haben Knochen geholt. Einmal gehüpft. Nicht aufspießen bitte. Dann haben wir zumindest hier schon mal noch eine Falle. Ich bin mal gespannt, ob es das bringt. Für eine zweite werden wir kein Material da haben. Ich hätte ganz gerne auch eine zweite hier angezeichnet. Irgendwo hier so ein bisschen versetzt. Aber ich denke, da reicht unser Material nicht aus. Wir haben nicht genügend Seile. Das muss jetzt so reichen, Leute. Wir gucken noch einmal kurz durch. Sind alle Fallen gespannt? Ist alles scharf? Alles geladen? Das sieht gut aus. Die Pendelfallen sind an. Aber hier kommt sowieso keiner hin. Wir schauen einfach nur hier hinten im Eck. Der Stromzaun ist aktiv. Sehr, sehr gut. Die Fallen sind auch alle aktiv. Wir müssen zusehen, dass das funktioniert. Wir haben die Pendelfallen, falls jemand durchkommt. Sehr gut. Es ist alles gespannt. Auch hier hinten. Und auch die Rotationsfallen sind scharf geschaltet. Leute, super. Ich fühle mich eigentlich sicher. Ich denke, wir sollten das relativ gut schaffen können. So, bevor wir aber jetzt das Ritual starten, machen wir oben das Kreuz auf dem Dach fertig. Das ist auch noch eine Geschichte. Möchte ich gerne haben. Ich finde, es sitzt nicht ganz mittig. Eventuell sollten wir es noch einmal abbauen. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Wir lassen es jetzt so. Ein bisschen schief ist in Ordnung. Komme ich mit zurecht. Nein, wir müssen noch einmal hoch. Wir haben es nicht angeschlossen. Mann, geh noch mal hoch. Geh noch mal hoch. Das muss doch angeschlossen werden mit Batterie, damit es auch nachts leuchtet. So. Hier liegt immer noch... Aufgepasst. Aufgepasst. Hier liegt immer... Nein, das war wieder mal hervorragend. Calvin, geh auf dem Weg. Ich habe eine Mission. Mann, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss doch Gas geben. Leute, wir müssen das Kreuz ans Leuchten kriegen. Vor allen Dingen, wenn es dunkel wird und die Eingewohrenen kommen, dann möchte ich doch, dass es hier strahlt. So, 8,8, auf. Na, was ist denn jetzt los? Warum komme ich nicht mehr aufs Dach? Geh weg. Mann. Ich glaube, ich muss so eine Treppe da hochbauen. Wie sieht das aus? Könnte ich mir theoretisch irgendwo so ein Kletterseilrad bauen? So ein kleiner... Wie so ein Balkon im Prinzip. Leute, jetzt bleib aber hier oben. Irgendwo. Macht keinen Blödsinn. Hatte ich noch eine Batterie? Haben wir. Wir haben die Batterien ja mitgenommen. Eine Batterie hier angeschlossen. Subi. Ich hoffe, wir haben genügend Draht am Start. Sieht aber gut aus. So. Einmal von hier. Wir machen es einfach mal direkt hier dran. Sieht nicht ganz so schön aus, aber ist in Ordnung. So, pack das weg. Müssen wir die Lampen jetzt hierfür auch separat einschalten? Oder wie kann ich das... Kann ich das im Ganzen machen? Leute. Guck mal, wie das strahlt. Ist doch wunderbar herrlich. So, wir haben jetzt zwar ein paar Löcher hier im Dach, aber das repariere ich nachher offscreen. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles am Start. Wir müssen... Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe noch genug Seil für das letzte Stück Knochenrüstung. Ansonsten bauen wir... Nein. Nein. Verdammt. Nein. Tatsächlich nicht. Ist egal. Dann machen wir es mit neun Knochenrüstungen. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte mir eine volle vergolden. Dann muss ich nochmal ein separates Ritual machen. Jetzt habe ich die Seile hinten für die Falle genommen und habe keins mehr für meine Knochenrüstung über. Oh mein Gott. So, wir haben ja noch ein bisschen... Sulafith. Wie heißt das? Sulafith-Erz. So packt ihr alles ein. Brauchen wir jetzt gleich fürs Ritual. Gelb, wir noch einen Weg. Hier wird es gleich gefährlich. Müssen wir noch die Türen auch schließen. Nicht, dass hier einer reinkommt. Leute. Ich habe so Bock drauf. Aber ich habe auch Respekt und Angst. Ich gucke gleich nochmal einmal ganz schnell, ob ich tatsächlich in Struktur schaden habe. Dann habe ich, dass ich da was vergesse. So, die Pistole ist drin. Sulafith-Erz ist eingelagert. Hier auch. Alles, was wir an Knochenrüstung haben, ist drin. Nein. Andersrum. Pack's rein. So. Wir haben auch das Erz hier drin. Leute, ich habe ein kleines bisschen Angst. Muss ich sagen. So, noch einmal kurz geschaut. Einstellungen. Strukturschaden ist an. Leute, wunderbar. Und dann lasst uns schaden. Ich schaue aber gerade nochmal kurz, ob ich Munition fürs Gewehr habe zum Beispiel. Bist du geladen? Und trinken müssen wir auch. Leute, wir haben kaum noch was. Wir verdursten uns sonst hier mittendrin. Wir brauchen die Ausdauer, falls ich rennen muss. So. Noch ein Schlückchen getrunken. Ich wollte und zwar vorher noch eine Suppe mit einem Buff kochen. Habe ich jetzt vergessen. Machen wir nicht. Mit einem Blick auf die Uhr wird es Zeit. Wir müssen das Ritual starten, Leute. Ich brauche jetzt die Action. Aber ich speichere vorher einmal. Ha. So. Falls wirklich alles schief geht und meine komplette Basis zu klump geschlagen wird, dann halte ich mir die Option offen, eventuell nochmal zu laden und zu optimieren. Aber ich denke, das brauchen wir nicht. Wenn normale kleine Schäden passieren, ist das alles gut. Es können auch große Schäden kommen. Alles in Ordnung. So. Wir starten den. Wir starten den nächsten. Leute, ich bin gespannt. Die Klump ist geladen. Und ich denke, die Gegner kommen wieder mal von dort hinten. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Haha. Zum Glück seid ihr dabei. Leute. Mal gucken, ob das jetzt ganz katastrophal schief geht. Zwei Ritualen gleichzeitig. Kommen dann auch für beide die Mutanten? Ich denke schon. Wir sollten somit höchstwahrscheinlich die doppelte Anzahl an Mutanten. Dann guck mal, da kommt schon wieder Regen. Ist ja ekelhaft. Und ein paar Fingers. Aber das ist so von der Art der Mutanten her alles noch. Gar nicht so gefährlich, Leute. Ich hätte gedacht, es kommen direkt die Schlimmere. Ich gehe mal runter und spann die Falle mal direkt nach. Oh, aufgepasst, aufgepasst. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir gehen gleich wieder in Sicherheit. Aber Hauptsache, die Falle ist einmal gespannt. Ich habe keine Munition mehr fürs Gewehr. Na, Halleluja. Zum Glück haben wir hier noch was Goldenes. So, direkt wieder rein. Machst du die Tür wieder zu hinter dir? Dankeschön, Leute. Ich will sehen, dass sie draußen abgehen. Hoch mit dir. Leute, wie das hier britzeln und brutzeln. Irre. Die Kräulen schwingen. Kannst du dich vielleicht mal von meinem Goldenen Platz schlagen lassen? Das wäre super nett von dir. Ich glaube, wir müssen runter. Wir müssen die Fallen spannen, Leute. Sonst fühle ich mich unwohl, wenn hier Fallen nicht gespannt sind. Ich mag diesen Sound von der Pendelfalle, Leute. Das sind somit meine Lieblingsfallen. Muss ich irgendwie sagen. Ach, komm, wir gehen mit rein. Hier. Bis jetzt. Hallo. Lass mich in Ruhe. Na komm, geht in meine Fallen, Leute. Ich möchte nicht, dass ihr... Ah, guck mal da. Da ist eine Beinschere. Leute, aufgepasst. Wo ist die hin? Ist sie in meine Basis gesprungen? Ich habe festgestellt, dass die ganz gerne mal in die Base reingehen. Hüpfen, wie auch immer. Ich glaube, sie ist hier. Das muss doch wohl ekelhaft, Leute. Das kann doch nicht sein. Hier, dort habe ich keine Fallen. Mann, geh weg. Eklig. Ich möchte euch hier nicht drin haben. Ich wollte euch draußen haben. Leute. Hier gibt es einmal Geschnetzeltes am Spieß. So, wir holen uns mal direkt dein Fleisch. Einmal deine Rüstung, bitte. Leute, wir sind so schlecht ausgerüstet. So, von dir nehmen wir auch mal bitte. Einmal ganz, ganz schnell. Und ich bin gespannt, wie lange das noch geht. War das schon alles? Waren das jetzt die Schlimmsten? Oder kommt da noch mehr? Heute, das Wetter wird schon wieder besser. Ich glaube, die Rituale sind durch. Kann das sein? Jetzt auch, ich sehe gerade niemanden mehr. Die Rüstung ist Gold. Die Pistole auch. Wunderbar. Ich glaube, wir haben es geschafft. Leute. Asch rein. Ich hole mir aber erst mal die Rüstung hier, bevor alles hier vergammelt. Brauchen wir vielleicht gar nicht mehr unbedingt? Dann kommt es halt an den Rüstungsständen. Das ist auch in Ordnung. So, wir holen uns jetzt gleich unsere goldene Rüstung. Was ist mit dir? Du bist auch keiner, der wir mehr springen, ne? Aber, 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 wir wissen doch, wir haben gar nicht mehr so viel Knochen. Dann können wir den Calvin gleich mal losschicken. Und dann kann er uns Knochen organisieren. Ach, nee, Moment, Moment, Moment. Hier kriegst du erstmal ein bisschen Haut, mein Lieber. Das ist Pünktchen. Und Pünktchen gibt eine Haut. Das haben wir doch schon gelernt. Der ist ein bisschen was heftiger drauf. Aber vielleicht kriegt man von dir auch einen Backknochen. So, war es das jetzt? Haben wir alles eingesammelt? Guck mal, die Falle hat gar nicht ausgelöst. Wahrscheinlich wieder wegen dem Regen. Kann das sein? Ist das so? Die Falle auch nicht. Ich vermute, dass diese Falle hier gar nichts taucht, wenn wir das Ritual machen. Oder höchstens am Anfang. Bin mir da nicht sicher. Oder es war einfach Zufall, dass gerade keiner da durchgegangen ist. So, gibst du auch noch nicht, bin mir nicht sicher. Wir zünden euch einfach mal an. Und dann kriegt der Calvin gleich mal den Befehl. Knochen sammeln. Sollte dann jetzt ja wohl funktionieren. Bin mir gar nicht sicher, ob Fingers Knochen gibt. Aber ich möchte hier nicht so viel Kadaver in der Bar haben. Calvin, wo bist du, mein Alter? Komm mal ran. Jetzt folgen wir doch mal. Doch, auf jeden Fall. Kommt, wir sind schon weg. Glauben ja, ist nix mehr los. Die große Gefahr ist geschafft. Hab's hier alles heile gemacht für dich. Guck, kommst du? Nee, aber die geben tatsächlich keine Knochen. Das ist echt ein bisschen traurig gerade. Ich geb dir trotzdem mal den Befehl. Wenn's denn funktioniert, wohl. Nein. Knochen? Nein, es gibt keine. Leider nicht. Ach, du könntest trotzdem Stöcke holen und die Behälter füllen. Und dann haben wir da auch mal wieder was. Dann hast du eine Aufgabe. Leute, schaut mal, wie schön das Kreuz da oben läuchtet. Bin mal gespannt, wie das nachher im Dunkeln ist. So, wir holen einmal unsere Rüstung raus. Und die Pistole. Die Pistole hatte ich schon rausgenommen. Genau. So, einmal die Rüstung einkassiert. Und einmal anziehen, bitte. Das schöne goldene Zeug. Wir gucken gerade mal. Guck mal hier. Die Tech-Mesh-Rüstung. Aber wir haben sieben Stück. Hiervon habe ich neun. Kann man eigentlich irgendwo die Stärke sehen? Ich würde das ganz gerne mal vergleichen. Wir sind komplett fast in Gold gekleidet, Leute. Herrlich. Wie cool ist das denn, bitte? Wo kann man... Das würde mich mal riesig interessieren. Kann ich irgendwo die Stärke der Rüstung vergleichen? Ich kann ja die Stärke der Waffen und die Werte einsehen. Aber bei den Rüstungsteilen wüsste ich das gerade nicht. Wenn man das mal so vergleicht. Im Vergleich zur Mutantenrüstung und Tech-Mesh-Rüstung. Wo reiht sich die goldene Knochenrüstung da ein? Ist das jetzt die stärkste, die wir haben können? Auf jeden Fall ist es die coolste. Das kann man soweit schon mal sagen. Leute. Wir haben 16,930. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen was machen. Pack doch mal die Karte weg. Pack doch mal die Karte weg. So, ich überlege gerade, was wir noch machen können. Wir könnten einmal kurz hochgehen und uns ein paar Stämme runterschicken. Und dann würde ich... Das ist eine Geschichte, die könnte man fürs nächste Mal machen. Eventuell machen wir die Folge heute auch einfach ein kleines Grundchen kürzer. Ist auch nicht so schlimm. Ich würde mir gerne hier für die nächsten Rituale so ein bisschen einen geführten Weg bauen. Eventuell mit Stämmen hatte ich mir überlegt. Dass wir uns hier ähnlich wie die Palisade hier so in bestimmten Abständen Stämme hinsetzen. Und in der Mitte zwischen den Stämmen halt die Fallen aufbauen. Das ist ja quasi so eine Art Spießrutenlauf für die Gegner machen, die hier hinkommen. Bin mir nicht ganz sicher. Na, du blöde Möwe, geh weg. Bin mir noch nicht ganz sicher. Das braucht natürlich auch irrsinnig viel Material. Vielleicht suchen wir uns aber auch einen neuen Spot, wo wir uns neu aufbauen können. Und nochmal... Hallo, ihr Lieben. Guck mal da, es kommt Besuch. Es kommt Besuch. Ich weiß nicht, ob du zu mir willst. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe goldene Rüstung an und wehe, du machst mir die kaputt. Hier, nimm den Spieß und hättest du noch mal bitte gerade, ob die Falle funktioniert. Ah, nein, verdammt du warst zu schnell. Oh je, wo habe ich dir in den Leih geschmissen? Also das tut mir jetzt ehrlich, ehrlich leid. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ja, in die Weichteile. Aber ist in Ordnung. Wer mich angreift, muss wirklich schlimmsten rechnen. So, du kommst aber immer die Spieße wieder auf. Eieiei, du bist aber schnell. Du bist genau wie ich. Ich bin auch immer schnell. Schnell müde. Komm ran hier. Lauf mal. Einmal gemütlich hier in die Falle. Mal gucken, was passiert. Ja, ich weiß, ein Kumpel, der ist nicht mehr so fit. Da komm doch ran hier. Guck doch einfach mal hier. Guck, hier. Einmal da durchlaufen. Perfekt. Dankeschön. So mag ich es gern. Das gibt doch jetzt auch... Also das gibt doch jetzt definitiv Knochen hier, Leute. Dann kann ich gleich den Kevin hier nochmal anstacheln, dass er uns doch noch ein paar Knochen ranholt. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ich kümmere mich nochmal eben schnell um die... Haben wir noch Munition? Wir haben gar keine Munition mehr für die Pistole. Leute, wie armselig ist das denn? Ich bin echt schlecht ausgestattet. Muss ich mal ran. Ich kümmere mich hier auch so gleich noch ein bisschen um die letzten Eingeborenen. Wenn sie dennoch mit mir kämpfen wollen... Strom aus. Im Ernst? Ui. Okay, nicht genug Batterie und es ist keine Sonne da. Kann natürlich passieren. Noch einmal, Leute. Ich kümmere mich auch noch ein bisschen um die letzten Kannibalen. Wenn denn noch welche kommen, vielleicht gehen sie auch freiwillig jetzt. Und wir beenden die Geschichte an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, like das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig. Leute, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und auf eine weitere Reise. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Euer Gamebro.